meine leute beim letzten mal hat sich hier eine treppe geöffnet ich sag guten tag herzlich willkommen hier wir müssen diese treppe glaube ich runter ich glaube es bleibt uns nichts anderes übrig okay das sind aber sehr seltsame mechanismen freunde da ist eine spur hier lang erkunde das tunnelnetzwerk unter dem museum winston ach es war egon auch herr winston war weggegangen genau winston hat sich kümmert sich um das baby das muss es wohl kaum extra erwähnen aber das ist sehr merkwürdig ja das so fängst du immer unterhaltungen an was ist merkwürdig dieses tunnelnetzwerk wozu wurde das bloß gebaut ich habe genau dasselbe gedacht ja das könnte einfach nur ein alter dampftunnel sein auf keinen fall peter design und ventile sind nicht für dampf wasser gas elektrizität öl züge oder schleim ausgelegt was ist mit morlocks morlocks würden diese art ornamente hassen die legierungsform ist nicht bekannt morlocks ne zeitmaschine ne ah ich habe es gewusst dass es da reingeht was ist das die spuren der vorsitzende ist da lang er wird durch diesen tunnel sie fanden gar nichts freunde dafür ist das pke natürlich super ist sicherlich ist das ist das was ist das denn freunde was ist das oh mein gott artefakt 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 moment die frage ist wofür das hin das ist wie viel man das führt auf jeden fall zum artefakt führt ihr euch hier auch so merkwürdig jungs irgendwie bekannt merkwürdig wo ist mein artefakt ich will aktuellen school habe ich doch gehört aber das sind so blaue suppe durch mich durchläuft das finde ich gar nicht gut freunde das macht mir auch ein bisschen angst wenn ich ehrlich bin und wir rennen mal um die wunderschöne die wunderschöne die wunderschöne wer sagt aber hier jungs die kassu das ist schon komisch diese blauen dinge ich ziehe mal ganz gut mal gucken wie die höh tja wenigstens wussten wir für eine weile wo wir lang müssen es muss eine andere möglichkeit geben die spur führt zu der verriegelten tür und hört dort auf mann ich will nicht dass dieser depp wieder entkommt ok schleim das heißt grün und grün ist der ne das ist rot das ist blau das ist grün war das gut war das richtig das war überhaupt was hast du gegen diese wand jaja dem mix aber aber das war der neue kadett ist in ordnung und das will ich hoffen dass man auf weg man muss den spruch kieferbruch du penner ich glaube jetzt wäre ein guter zeitpunkt das neue kps zu installieren der missionen kollidierer ist extrem genau und verursacht viel schaden aber das nachladen dauert der überladungs impuls gibt einen schnellen strahl aus missionen partikeln ab du kannst beide unabhängig voneinander einsetzen beide funktionieren gut aber du kannst sie auch zusammen verwenden markiere ein ziel mit dem mission kollidierer nach erfassen eines ziels treffen alle ausstöße des überladungsimpulses dieses ziel voll automatisch ok das muss man wirklich tatsächlich schnell entlüften ok und das war jetzt das ist blau das ist grün das ist wo es müsste sofort entlüften da gehe ich lieber auf meinen in den roten an ihren kurzen hat das ja auch der originale das ist ja pardon ich habe eine kleine krötenband wir müssen hierdurch wo die grüge wo wo durch wo durch die durch ok dann nehmen wir den anderen der blaue ok zwei schuss schon und schon wiffen ok ich bleib bei meinen streiten Gucken wir mal hier durch das PKI weiter. Kamen wir da her, Freunde? Ja, ich glaube, da kamen wir her, ne? Oh, das war eben auch schon auf, die war doch nicht auf. Wo kamen wir jetzt her? Kamen wir von da oder kamen wir von da? Von wo kamen wir? Von da oder von hier? Warum lasst ihr mich immer vorgehen, Freunde? Oh Gott, oh Gott. Jetzt guckt euch mal diese vergeisterte Suppe an, das ist ja unglaublich. Alles voller Geister. Leute, alles voller Geister. Oh Mann, so viel schwarzer Schleim. Schwarzer Schleim. Ach, das scheint nur viel zu sein, weil er lebt. Die Säule, sie fließt nach oben. Wenn du da drin ein großes gelbes Auge siehst, stich mit etwas rein. Kein gelbes Auge, Ray. Vielleicht ist es bereits da oben. Also, das hört sich nicht gut an. Bin ich jetzt dran vorauszugehen? Ich will nicht drängeln. Ja, äh, mich steht da immer voraus, Mann. Hallo, Vorsitzender. Bereit für das, was auf dich zukommt? Ja. Lacht du dreckig, das kann ich auch. Okay, 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 okay. Wir schleimen ihn voll, wir schleimen ihn voll. Der Bremling ist ein schweres Verbrechen, das wir auf keinen Fall dulden. Äh, ich will, ich will meinen Roten. Ja, schnappt ihn, du bist witzig. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Irgendwo muss es doch eine Schwachstelle haben. Wenn ich ihn sehen würde, kann ich es dir verraten, aber ich sehe ihn grad nicht. Okay, okay, oh. Ich glaub, die müssen wir auspusten, sonst kommen dauernd irgendwelche... Sie nach hinten! Nach hinten? Wir scannen das für die Daten. Okay, scannen, wir scannen, wir scannen, wir scannen. Okay, hab ich das gescannt? Ich weiß nicht. Ey, komm, spriss mich nicht voll! Das bedeutet Ärger. Ärger, Ärger find ich gut. Ärger ist mein zweiter Vorname. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Ding ich ihn erledigen soll. Da rechts! Ich glaub von allem, die Jungs machen den bunten, ich mach mal den grünen. Immer weiter! Okay, die Dinger gehen auf jeden Fall im grünen Deck. Und das Tor kann ich auch schließen, das ist cool. Ich glaub, weil... Naja, ich entlüfte, ich entlüfte, ich entlüfte, ich entlüfte, ich entlüfte... Oh, 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 oh. Well, well, well. Oh, es tut mir leid für die schnelle Crys alone. Das ist, äh... Das war nicht in die Mane bei... Oh! Großer, böser Mann! Kommt da was von hinten? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wer ist der Trick, sagt er, da ist der Trick, ah, lalalalalala. Hey Mann, sind das viele. Was, schon wieder viele? Wo, 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 okay. Zielt auf das große gelbe Auge. Ja, das große gelbe Auge. Er könnte den ganzen Scheiße versiegeln, sonst zielen wir vielleicht gar nicht mehr, Freunde. Okay, dann wechseln wir mal zu unseren Superwaffen und dann, wo ist er, wo ist er? Jetzt will ich auch mal auf das große gelbe Auge zielen. Wo ist der Penner? Du hast ihn angeschlagen. Wo ist der Penner? Ich seh ihn nicht. Okay, dann müssen wir nochmal wechseln. Schleimt das war schon wieder voll. Ich will das hier auch mal auf das große gelbe Auge schießen. Wo ist der Stricher? Ey, Pickel Matrose. Alter, oh, jetzt schieß ich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Jetzt schieß ich. Okay, entlüften, entlüften. Jetzt ist es nicht mit gerechnet, ne? Ich nehme die Augen, jetzt müssen wir mal auf. Habe ich nicht lüftet? Rechts? Wo? Rechts oder nach hinten? Das sind die Dinger sind gut, aber die müssen sofort geküfft. Wo kommst du her, Alter? Ist ja unglaublich hier. Aufwertung kaufen, okay, Kaufmannsberg. Wie wird es dann mal schön drin, Kollege? Ja, links von mir. Der wusste, links ist aber der Daumen rechts. Wo hast du nicht wissen? Wo links ist, Alter, wo links ist. Da ist auf jeden Fall längst. Jetzt ist es hier zu. Da nicht mehr zu. Da nicht mehr zu. Da nicht mehr zu. Hey, du stehst in meiner Kanone, Alter. Ja, das ist nicht so. Ja, lach noch. Noch lach da. Noch lach da, der kleine Strasser. Pass mal auf, er ist grün. Ja, Schnauze, ich muss hier mal wechseln, ich komme mit dem Wechsel nicht klar so. Boah, Alter, Freude, gehen wir hin, wir sind ein bisschen, Kollegen, ne? Vielleicht noch eine offene, müssen wir das gut zu machen. Ja, das ist ganz lustig, ich muss euch das kennen. Jetzt ist ja geplatzt, ich kann hier und ihn scannen wollen. Der dürfte nicht platzen lassen wollen, ne? Okay, aber jetzt glaube ich, habe ich jetzt wegen gescannt. Ja, gescannt, 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 super. Super, 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 super. So, haben wir jetzt mal irgendwie? So, eine kleine Pralle, mal in Gemeinsen, du kannst spieg jetzt so ein bisschen, sagst du mal, Fallschule rein, Fallschule rein, Fallschule rein. Wuppi, 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 wuppi. Ein Hüften, ein Hüften, wo ist er? Ja, 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 dann muss man, wo ich hinschieße, du Kleiner. Wo ist er, der hat im Arm, der Pinkel-Matrosen, ich kann auch. Aber wir müssen schon mal, wir müssen mal zum Moment hier, nehmen wir, zumachen, 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 zumachen. Gitten, 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 Gitten. Gitten, 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 Gitten. mal unten können entscheiden von rechts 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 das huibu ich glaube das ist die mann wo sie dann so ist ja wo ist ja du musst du aus dem weg gehen wo ich ja ja ich komme schon ich komme schon ich komme schon ich komme zum gruppe die das sind voll wichtig weil wenn wir alle weg sind dann haben wir ein riesen problem dann ist nicht da noch einmal ich komme schon ich komme schon ich komme schon sie nach hinten mal nach hinten mal nach vorne weil ihr könnt ja nicht entscheidend wollen hier ich sehe gar nichts mehr nur noch schleim sagt ich soll wieder irgendwas mehr scannen von den er könnte sonst wo klicken ich bin getroffen ja wo ich sehe dich nicht nur keine aufregung irgendwer kommt schon toll ich bin ganz nah ran bitte sehr bitte sehr dicht machen sonst kommt der ganze scheiß wieder hier ja ja weiter so ich gebe ja alles mit freundlich bin ich ein geisterweg aber ihr macht es mir nicht mal was müssen die können habe ich nichts getallen wir haben noch ein für den turbin da rechts da rechts mal kennen mal so gut das ist ich glaube da bräuchte die wirst du bist 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 du du bist du hier folie pinkel matrosen sagt aber nicht wahr sein doch nur die geister die sich schleimt die kollegen bringen kommen wir müssen noch mal wechseln habe ich den geschenk das hat man auch hier noch mal zu schreiben beschleunig zu bist du zu beschleunig zu wechseln ist der penner jetzt kommt die feige sau zeigte ich so wird das gemacht doch echt so wird das gemacht scheint so freunde scheint so ich hätte euch betrüger für immer vernichten sollen als ich die gelegenheit hatte wissen sie was ich werde diesem wahnsinn jetzt ein ende setzen jetzt gleich ich schalte ihre sperreinrichtung endgültig ab sie können sich von ihrer dauerlizenz verabschieden von weiteren regierungsaufträgen ganz zu schweigen sie haben mir das angetan sie werden dafür bezahlen mit vergnügen sie peck alles klar jetzt reicht ihr seid fertig ihr klugscheißer ihr seid fertig ihr ober klugscheißer ich habe die befugnisse und ich lege euch und eure attrappe von sperreinrichtung jetzt lahm die ganze stadt muss für eure kapriolen bezahlen die ganze stadt was aber das legt doch auch sie lahm was soll's ich habe größere ziele schafft ihn weg von mir ich glaube wir müssen ihn im auge behalten meinst du nein ich meine wir müssen ihn wirklich im auge behalten wir sind gefeuerte helden heck entzieht uns die lizenz komm schon rei vergiss nicht die feiertage bis montag ist niemand da der uns die lizenz entzieht wir haben das ganze wochenende diese katastrophe zu stoppen und die stadt zu retten und das beste vier ganze tage vier ganze tage mann die leute dieser peck ist das habt ihr gesehen was ein ausschlag das ist ja unglaublich dass du das pke hat ja verrückt gespielt das kann man sich gar nicht vorstellen ich sage jetzt mal vielen vielen dank fürs zuschauen und peck diese widerliche warze diesen mit esser peck alles war okay bis das unser system abgestaltet von diesem schwanzlosen ist das die wahl ja das ist die wahl dieser mann hat keinen schwanz und in diesem sinne meine leute ab in die rinne vorne halte die vorka tschau tschau und peck den kaufen wir uns das garantiere ich aber spiegelte 45 dafür stehe ich mit meinem guten namen ha 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 ha